Musik Yvonne, hat sie das an, um ihr Mann scharf zu machen? Ist das jetzt das? Ich glaube, das ist ihr eine Unterhose. Ist das eine Unterhose? Habt ihr das auch so an? Also, was ist mir? Ihr Frauen. Alle, alle Frauen haben das so an. Was hat das Gefühl, wenn ihr eine Unterhose sieht, dass alle Frauen eine Unterhose haben? Er hat gefragt, habt ihr eine Unterhose? Was ist das für eine Frage? Ja, nein, aber eine Unterhose mit Spitzen? Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich meinte, das macht man mal einen Heiligabend oder so. Also, Spitzen an der Unterhose sind ja nichts Verrücktes. Braucht man das immer?